Hallo ihr Lieben, heute wird wieder gebloggt und ich habe die beiden Kinder schon hier im Wagen. Es ist ziemlich früh, weil ich noch bei Lidl war. Kannst du gleich Hallo sagen? Weil wir noch bei Lidl waren, weil es da heute so viele tolle Babysachen gab und Kleinkindsachen und ja, ich habe zum Glück noch was bekommen, aber das ist immer so schnell weg bei uns, deswegen muss man sich da echt beeilen. Und ja, Louis durfte ich erstmal den ganzen Lidl tragen, weil er Geschäfte hasst. Aber ich glaube, das hassen alle Kinder. Mama, Mama. Sag mal Hallo. Sag mal Hallo. Mal winken. Hallo. Sag Hallo. Hallo. Hallo, ich bin Mila. Und hallo, ich bin Louis. So, Louis ist gerade wieder eingepennt. Das ist schon mal gut. Schule, eine Schule. Da gehst du auch bald in ein paar Jahren. Naja, auf jeden Fall habe ich einen Staubsauger gekauft, einen Handstaubsauger, weil Mila so oft irgendwas umschmeißt oder verkrümelt. Ja, dass ich nicht immer Bock habe, den großen Staubsauger rauszumachen. Und das habe ich so eingeholt. Der saugt auch Feuchtigkeit auf. Und das ist ganz praktisch, weil Mila auch oft mal einen Becher auskippt. So, jetzt habe ich gerade den Einkauf meinem Mann gegeben. Und Mila ist auch bei ihm geblieben. Und ich habe ihn jetzt in die Trage genommen. Heute mal nicht im Tragetuch. Zuhause nehme ich immer gerne das Tuch, aber unterwegs die Trage. Ja, weil er im Kinderwagen sehr quengelig heute war. Ja, er hat einen Wachstumsschub. Er trinkt schon wieder alle halbe Stunde, Stunde. Und das ist sehr anstrengend. Aber es ist ganz okay. Ich finde die Wachstumsschübe bei ihm nicht ganz so schlimm wie bei Mila. Und ja, jetzt gehe ich zum Elterngeld. Gucken, was da endlich mal los ist, wenn das irgendwie nicht funktioniert. Genau. Und dann kommt meine Mama nachher noch. So, jetzt bin ich gleich zuhause wieder. Und ich bin mal gespannt, wie es zuhause aussieht. Weil ja, wenn die beiden alleine sind, mein Mann und Mila, sieht das immer meistens chaotisch aus. Und ich darf es dann wieder wegräumen. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall, beim Elterngeld hat alles geklappt. Außer, dass sie dann am Ende fiel ein, dass sie meinen Ausweis sehen will. Der wurde mir aber geklaut aus dem Kinderwagen. Und somit hatte ich keinen, beziehungsweise noch meinen alten, mit einem alten Nachnamen und alterer Adresse drauf. Das hat sie dann aber nicht akzeptiert. Ja. Jetzt muss ich da dann am Donnerstag nochmal hin. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich so fettige Haare habe. Aber ich werde heute meine Haare färben, weil ich meine Haare überhaupt nicht mehr sehen kann. Ähm, weiß nicht. Ich trage sie nur noch im Zopf. Irgendwie sieht das alles total blöd aus. Ich fühle mich irgendwie gar nicht wohl im Moment. Deswegen werde ich jetzt erstmal meine Haare nachher färben. Beziehungsweise meine Mutter werde ich fragen, ob sie das macht. Ja, mal schauen, wie es dann aussieht. Wer ist denn da in der Badewanne? Den Kleinen habe ich jetzt abgelegt und es ist Chaos hier. Ja, aber hallo. Nuns, jetzt badest du? Hä? Badest du nicht das Wasser trinken? Ja, trinkt immer die ganze Badewanne leer. Ja, ich werde gleich erstmal aufräumen. Ich kann euch mal zeigen, was ich gekauft habe. Also, diesen Staubsauger, den werde ich gleich mal ausprobieren. Ja, Toastbrot. So, Schlafanzüge für Louis. Das sind so welche mit kurzen Beinen und kurzem Arm. Da habe ich 74,80€ genommen. Weil ich denke dann im Sommer werden ihm die vielleicht passen. Es wird ja jetzt echt wärmer. Dann die nochmal in Grau mit so Zickzack-Mustern. Also zwei Stück sind da jeweils. Von 86,92€ und die kann er dann auch anziehen, wenn Mila die zu klein sind. Dann habe ich Socken geholt. Ja, ich habe die eigentlich für Mila geholt. Weil Louis die dann später auch anziehen kann. In 19,22€. Auf der einen Socke steht 2016 drauf. Aber ist ja nicht so schlimm. Dann, ähm, so Oberteile. Da steht Mom and Dad gleich me. Das, genau. Und ein so ein Zickzack. Ich finde das total schön, das Muster. Und das kann Louis auch noch anziehen, weil es sehr neutral ist. Oh. Ich habe es auch nochmal in klein geholt aus Versehen. Aber na gut, dann können die jetzt auch Partnerlook tragen. Und dann nochmal diese Leggings dazu. Finde ich total süß. Irgendwie habe ich die Größen etwas doof gekauft. Aber ich wollte halt schnell alles haben. Weil doch wirklich viele Mamis um dieses Ding drum standen und einfach nur gegriffen haben. Und deswegen habe ich auch einfach zu schnell zugegriffen. Und Louis war eh so quengelig. So, ich habe den Kleinen gerade gewickelt. Er hat geschlafen und Mila hat auch geschlafen. Und ich habe in der Zeit ein bisschen aufgeräumt. Was man jetzt nicht mehr sieht. Weil es hier schon wieder irgendwie überall alles rumliegt. Ähm, ja. Aber, genau. Mein Mann und sie und meine Mama ist auch gekommen. Die sind jetzt gerade einkaufen gegangen zusammen. Weil ich ja bei Lidl nur die Sachen geholt habe. Aber jetzt nichts lebensmittelmäßiges. Ähm, ja. Louis ist sehr, sehr anstrengend gerade. Also, muss sehr viel, viel getragen werden. Und ist ein bisschen unzufrieden. Ein bisschen knatterig. Und, ne. Jetzt vergnügt er sich gerade und guckt sich die Elefanten an. Ja. Ja. Mein Mann, schau dir jetzt. Was ist eine große Grumpy? Ja. Schau dir jetzt. Hallo. 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 Sag mal Hallo. 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 Hallo, Beirchen. Hallo. Hallo, Beirchen. Mal schauen, wie wir das noch schaffen, heute meine Haare zu färben. Ich würde mich echt freuen, weil ich weiß nicht, das ist hier so blond. Das war mal echt schöner, das Blond, aber ich habe hier ein Stückchen abgeschnitten. Deswegen sieht das jetzt so gelb, finde ich, aus. Und meine Naturfarbe passt jetzt auch nicht so richtig dazu. Und ich weiß nicht, ich finde das alles nicht so schön. Das ist der einzigste Ort, wo ich ihn ablegen kann, wenigstens für ein paar Minuten. Seit wir aber dieses Spieluhren-Teil da haben, das ist total genial. Das passt auch ganz gut dahin, finde ich. Da war so eine Stange bei, aber wir haben es einfach oben ans Dings gehängt, das klingt dann besser. Und meine Mama hat voll die süßen Klamotten mitgebracht. Ich zeige euch die mal eben. Einmal so ein Pullover mit so Glitzerblümchen, total süß. Mila hat ihn auch schon anprobiert, das steht ja echt ganz gut. Er ist Größe 98, aber passt eigentlich schon ganz gut. Wundert mich, aber ja. Der ist von Ernst Dings Family. Dann ein Schlafanzug. Da hast du einmal so eine Sternchenhose. Und so ein Oberteil dazu mit so einer Glitzeraufschrift. Auch Größe 98. Ja, das war noch ein bisschen zu groß, aber kann sie ja noch reinwachsen. Besser als zu klein. So, und dann nochmal so eine Bluse. Die finde ich total schön. Die hat das hier so ein bisschen gerafft. Dann hat die so Druckknöpfe. Total schön. Dann hier so ein Glitzerkragen. Ist auch von Ernst Dings Family. Und ja, ich mag diese Farbe total gern bei Mila. Steht ihr sehr gut. Und dann nochmal so ein längeres Oberteil. Was man so gut mit einer Leggings anziehen kann. Auch in dunkelblau. Und ja, es hat so ein bisschen Spitze. Ja, sieht so ein bisschen Kleidchen mäßig aus. Aber ist eher, glaube ich, ein Oberteil. Mal schauen. Wie sind denn? Wie sind denn? Wie sind denn? Ich glaube, die Farbe reicht. Hallo. Hallo. Was sagen, wenn ich den Kopf weggehe? Dann lass mal so ein ganzes. Dann tust du echt gut. Hallo. Jetzt sehe ich nicht schick aus. Ich bin mal gespannt, ob die Farbe schön wird. Bis jetzt sieht es irgendwie eher ganz schön dunkel aus. Was ist da auf dem Sofa alles? Die Kache? Ich finde Kinderhausschuhe, so allgemein, die man so kriegt, immer total unbequem. Und sonst haben wir die hier geholt. Die sind schön weich und flauschig. Und ja, ansonsten finde ich Kinderhausschuhe immer so steif. Und ich finde, zu Hause muss es gemütlich sein. Hallo, ihr Lieben. Ja, es ist jetzt schon einen Tag später. Und ich wollte euch meine Haare nochmal zeigen. Also so, das ist jetzt das Ergebnis. Ich finde es eigentlich ganz schön. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass es ein bisschen heller wird am Ansatz. Ja, die Spitzen sind immer noch ein bisschen hell, aber nicht mehr ganz so gelb. Und ich wollte eigentlich mir noch Strähnchen machen, aber das habe ich gestern nicht mehr geschafft. Und das werde ich jetzt in den nächsten Tagen machen. Oder vielleicht auch beim Friseur mal schauen. Ja, aber ansonsten finde ich die Farbe echt ganz schön eigentlich. Und ich fühle mich auf jeden Fall viel wie wohler mit der Farbe im Moment. Und ja, ich wollte sie mir ja dann beim Friseur schneiden lassen. Da werde ich mir noch einen Termin machen. Also insgesamt ein bisschen stufiger. Und ja, ich habe es gestern, wie gesagt, nicht mehr geschafft, weil der Kleine, der hat irgendwie so einen heftigen Wachstumsschub. Ich weiß nicht, was mit dem los ist im Moment. Aber ablegen geht nicht und er will nur getragen werden. Jetzt habe ich mir diese Trage erstmal geschnappt kurz, weil es schneller ging, weil er so geschrien hat eben gerade. Und wenn ich gleich los will, ist hier gerade das eingeschlafen. Das wollte ich eigentlich vermeiden, weil ich ihn nochmal anziehen muss. Und dann dieses Antüdel, dann wird er wieder wach. Auf jeden Fall gehen wir gleich was essen. Und ja, das Wetter ist sehr, sehr schlecht. Aber genau, wir gehen gleich was essen. Und ich muss unbedingt Windeln kaufen. Und bei Rossmann gibt es immer so Proben, wo immer zwei Windeln drin sind. Und da habe ich mir mal letztes Mal für Mila so Windelslips mitgenommen zum Ausprobieren. Und ich muss sagen, ich finde sie sehr gut, weil ich das Gefühl habe, irgendwie das passt sich mehr ihrer Form an. Und jetzt wollte ich da mal ein ganzes Paket holen und gucken, ob ich damit gut klarkomme. Und Louis braucht auch wieder Windeln, weil, ja, der Stapel ist langsam leer von den beiden. Ja, und jetzt werde ich mich auf den Weg machen. Telefon. Ne, der Kleine hat gar nicht geschlafen. Und los geht's. Ich weiß, er liegt jetzt zwar im Kinderwagen, ich denke zwar, ich denke aber nicht, dass das lange anhalten wird, weil er jetzt schon ganz grumpy guckt. Und ja, mal schauen. Und ich habe die Trager auf jeden Fall mit und sonst kommt er da rein und dann ist Ruhe. Ich will das übrigens nicht, Alter. Aber die holen wir jetzt. Vorsichtig. Erstmal essen jetzt, ne? Ja, Mama, Louis. Hier ist es die Mera. Und wir essen alle. Ja. Burger. Baby. 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 Das geht aber schnell! Nee, nee! Regen, ne? So, geh mal rein! Ja! Ja! Komm her! Ja! Oder lass muss Papa gleich machen! Papa! 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 Hey! Baden? Ja, auf mich reinsteckend ist, Manni! Puh! 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 Hallo! Puh! 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 Schöne. Ich finde, es steht ihr auch total gut. Und jetzt, wo es so ein bisschen geregnet hat, sind die sowieso voll lockig. Siehst du, siehst du? Ja, ich genieße es gerade ein bisschen Zeit mit ihr zu verbringen, weil ich doch sehr viel mit Louis auch zu tun hatte heute. Und die letzten Tage durch den Wachstum schon. Deswegen genieße ich jetzt so ein bisschen die Zeit mit ihr. Und man vermisst sein großes Kind dann doch schon. Also, man merkt schon, wie viel Zeit manchmal fehlt am Tag. Und dann genießen wir das. Ja, und wir gehen jetzt gleich ins Bett, beziehungsweise. Sagst du noch mal Tschüss? Oh, ein Küsschen. Gibst du Mama auch ein Küsschen? Tschüss. Tschüss.